Hallo ihr Lieben und ich begrüße euch sehr, sehr herzlich bei meinem Beitrag für das Channeling-Portal und ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr euch für frühere Leben interessiert und für Rückführungen früherer Leben, denn ja, mein Name ist Camilla, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Rückführungsleiterin und zeige jeden Tag Menschen ihre früheren Leben und helfe ihnen die Traumata aufzulösen, die sie in früheren Leben erhalten haben und auch mit der Aufgabe im heutigen Leben. Verbinden und eben diese Themen häufig in Verbindung stehen und ja, deswegen möchte ich auf jeden Fall heute wieder über frühere Leben sprechen und ein Thema, was mir vor allen Dingen sehr, sehr stark in diesem Jahr aufgefallen ist und zwar geht es auch irgendwo um Träume von früheren Leben, denn ich denke, ich spreche sehr, sehr viele Menschen an, wenn ich sage, dass wir häufig von früheren Leben träumen und dass unsere Seele Dinge über frühere Leben verarbeitet und bei mir selber ist es sehr, sehr stark dieses Jahr aufgefallen, dass ich wirklich sehr, sehr intensive Träume zu früheren Leben hatte und ich wusste sofort, dass ich gerne darüber sprechen möchte, weil ich ganz genau weiß, dass es sehr, sehr viele von euch betreffen wird. Dann beginnen wir direkt mal und zwar, wie erkennt man überhaupt Träume aus früheren Leben? Häufig ist es so, dass wir alle träumen, selbst die, die sich nie daran erinnern können oder die, die denken, sie träumen gar nicht. Wir träumen häufig, weil wir ja mit unserer Seele durch Träume sehr, sehr viel verarbeiten und daher kommen häufig auch Träume aus früheren Leben. Und ja, wie erkennt man diese? Häufig sind es Erinnerungen von früheren Leben, dass wir tatsächlich in einem anderen Land leben, dass wir tatsächlich anders aussehen, dass wir andere Kleidung tragen. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich es sofort erkenne, wenn ich einen Traum aus einem früheren Leben habe, aber das ist natürlich auch ein bisschen durch meine Übungssache. Deswegen, falls du schon mal das Gefühl hattest, hey, ich habe jetzt was geträumt, was nicht aus diesem Leben ist oder was in einer anderen Epoche oder Zeit spielt, dann trau dich wirklich zu glauben, dass es aus einem früheren Leben war. Denn wie gesagt, wir verarbeiten sehr, sehr häufig Dinge über Träume und dazu gehören auch frühere Leben, Traumata aus früheren Leben, Erlebnisse aus früheren Leben und deswegen darfst du auf jeden Fall daran glauben. Vielen Dank.